Keine Panik, krieg keinen Schreck, das ist ne Friedensknarre. Die Waffe eines Jedi-Rötters, dem Schwert deines Vaters sehr ähnlich. Dir müsste aber klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird, so wie es dir ausgeht. Gegen den Krieg! Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Alle Frauen weltweit sagen ihren Männern, im Krieg, da gehst du nicht an die Front, da bleibst du zu Hause, da gehst du mit mir ins Bettchen, husch husch ins Körbchen zum Schmusen und zum Popeln. Dem Schwert deines Vaters sehr ähnlich. Dir müsste aber klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird, so wie es dir einst ergeben wurde. Schlenz, Jupp, Mario, Ruhe! Wir sind auch in der Lage, Elementtransmutationen durchzuführen, also Blei in Gold zu verwandeln und andere Sachen. Kein Problem, muss man wissen. Und ich wiederhole es noch einmal, in Anbetracht auch der Gäste, die jetzt hier neu sind. Die Sonne ist kalt! Erstaunt ja was. Muss man wissen, ne? Magie ist Physik durch Wollen noch einmal, vergessen Sie es nicht. Wissen auch die Wenigsten. Hehehehe! 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 Much like your fathers, by now you must know your father can never be turned from the dark side. So will it be with you. Of course, some things are changed. Material, maybe athletic, but it's always the same. The longest and the best is the winner. And so we hope that we are also in team competition. Good. Hehehe! And so we are going to be with you. And so we are going to have to play it. And so we are going to play it. We are going to play it. And so we are going to play it. starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Französisch-Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. Dem Schwert deines Vaters sehr ähnlich. Dir müsste aber klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird, so wie es dir einst ergeht. Ich bin die Eier auf dem Klauen. Nur durch meinen Eiern ist er so weit gekommen. Muss man wissen. Muss man wissen.